Wir befinden uns im Themenkreis 1 immer noch und wir haben anfänglich gesprochen über allgemeine Grundlagen von Wettbewerb und Preisbildung, haben letzte Woche angefangen mit dem Gegenstand des Kartellrechts beziehungsweise den maßgeblichen gesetzlichen Normen. Wir haben gesehen, dass das Kartellrecht auf drei Säulen basiert, nämlich zunächst auf dem Kartellverbot, geregelt in Artikel 101 AEUV beziehungsweise Paragraf 1 GWB. Da geht es darum, dass Absprachen zwischen zwei Konkurrenten verhindert werden sollen oder Absprachen über zwei Marktebenen, das heißt zwischen einem Hersteller und einem Wiederverkäufer oder einem Zulieferer und einem Produkthersteller. Dann haben wir gesehen, dass es das Missbrauchsverbot gibt, Paragrafen 18 bis 21 GWB und Artikel 102 AEUV. Dabei geht das deutsche Recht deutlich weiter als das europäische, weil es eben darüber hinaus auch verbietet, den Missbrauch in einer relativen Machtposition und darüber hinaus auch bestimmte Verhaltensregeln für alle Marktteilnehmer aufstellt in Paragraf 21 GWB. Darüber hinaus haben wir gesehen, dass neu eingeführt worden ist ein Paragraf 19 A GWB. Da gibt es im Europarecht noch keine Parallele, wobei wir da mit dem Digital Markets Act eine ähnliche Regelung möglicherweise bekommen. Wenn Sie die Tagespresse verfolgt haben, wissen Sie, dass derzeit ein Verfahren gegen Apple angestrengt wird, wegen des App Stores mit der Begründung, dass der verhindert, dass andere Anbieter ihre Apps auf Apple Smartphones und Apple iPads bringen. Das heißt, dass hier die komplette Verfügbarkeitsmacht bei Apple liegt und die dadurch ihren Anbietern untragbare Bedingungen auferlegen. Schließlich gibt es die Fusionskontrolle, die nicht im AEUV geregelt ist, sondern erst im Sekundärrecht, nämlich in der Verordnung 139 aus 2004 und die im GWB geregelt ist in 35 bis 43 A. Ja, da sind das Europarecht und das deutsche Recht weitgehend gleich, aber anders als in den beiden anderen Säulen gibt es da eine klare Abgrenzung, nämlich dass das Europarecht erst ab einer sehr großen Größeanwendung findet, während das nationale Recht eben für die Fälle Anwendung findet, die unter dieser Größe liegen, aber immer noch über ein gewisses Minimum hinausgeht. All das machen wir aber im Detail, wenn wir da sind. Das hier soll nur als ein Überblick dienen. Wir haben dann uns unterhalten, zuletzt über die Frage, wie es mit geschlossenen Vertriebssystemen ist. Wir haben gesehen, auch ein geschlossenes Vertriebssystem hat Vorteile, dass sie Apps für iPhones ausschließlich über den App Store kriegen, hat für sie den großen Vorteil, dass dadurch rationalisiert wird und alles gebündelt wird. Wenn jetzt der App Store von einem anderen Anbieter angeboten wird, also beim Vertragshändlermodell, wird dadurch der Markt stabilisiert. Insofern kann man nicht pauschal sagen, dass eine solche Beschränkung schlecht ist, sondern das muss man im Einzelfall prüfen. Ein wichtiges Problem ist, dass in den meisten Fällen Marktmacht kaum zum Missbrauch einlädt. Wenn zum Beispiel Google für jede Suchabfrage einen Euro nehmen würde, würden die Kunden ganz schnell zu Bing oder was anderem wechseln, einfach weil es potenziellen Wettbewerb gibt. In den meisten Märkten ist es so, dass selbst wenn es nur einen ganz kleinen Wettbewerber gibt, das den großen Konkurrenten unter Druck setzt, damit er eben nicht allzu hart vorgeht. Was anderes ist allerdings dann, wenn das Verhalten sich nur erklären lässt, mit dem Ziel, den Konkurrenten endgültig loszuwerden. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn jemand dauerhaft Verluste macht. Das heißt, wenn Sie 100 Euro für die Herstellung eines Produktes investieren und das für 50 Euro verkaufen, machen Sie mit jedem verkauften Produkt einen Verlust von 50 Euro. Dafür gibt es keine andere rationale Erklärung, als dass das Ganze dazu dienen soll, Konkurrenten zum Markt zu verdrängen, die nicht so hohe Geldreserven haben. Und dann sind Sie in einem Missbrauchsbereich. Es kann durchaus Ausnahmen geben, zum Beispiel wenn es um ein altes Produkt geht, was Sie noch aus dem Lager holen wollen. Also wenn Apple in irgendeinem Lager noch iPhone 8 entdeckt und sagt, naja, momentan haben wir das iPhone 12, dann können Sie die auch verramschen, auch wenn die Herstellungskosten höher waren. Es kann auch sein, wenn Sie neu auf einen Markt kommen, dass Sie das machen, um Kunden anzulocken. Also so als Werbeangebot. Das kennen Sie auch, wenn Sie am Bahnhof oder in irgendeiner Einkaufszone irgendwelche Geschenke kriegen. Das machen die Leute nicht, weil sie großzügig sind, sondern um sie anzulocken. Ebenfalls kostenlos sind natürlich Sachen auf mehrseitigen Märkten. Wir haben darüber gesprochen. Sie zahlen normalerweise kein Geld dafür, dass Sie RTL, Sat.1, Kabel.1, ProSieben gucken. Sie zahlen kein Geld dafür, dass Sie ein Facebook-Konto haben oder Google nutzen. Die refinanzieren sich über Werbung. Das heißt, obwohl Google Ihnen die Produkte für weniger gibt, als die Produktion kostet, kriegen Sie Ihr Geld trotzdem von jemand anderem. Das heißt, Google macht keinen Verlust. Und das heißt, das Verschenken von Google ist auch kein Indiz zu einem Missbrauch. Und es gibt schließlich das Modell der Spielkonsolen oder der Tintenstrahldrucker, dass man Ihnen den Drucker billig verkauft und die Spielkonsole mit Verlust, und zwar möglicherweise auch erheblichem Verlust, aber dann bei jedem verkauften Folgeprodukt, also bei jeder Tintenpatrone oder bei jedem Konsolenspiel richtig Gewinn macht und so sich refinanziert über diese Sekundärmärkte. Wenn keiner dieser Fälle vorliegt, wollen Sie damit die Konkurrenten vom Markt verdrängen. Das heißt, wenn Coca-Cola anfängt, seine Getränke zu verschenken, wollen Sie damit die Pepsis und Aldis und Lidls abwürgen. Das funktioniert aber nur, wenn Sie wirklich den längeren Atem garantieren können. Sie müssen also sicher sein, dass keiner der Konkurrenten bis zum Ende durchhält. Und Sie müssen darüber hinaus natürlich auch sicherstellen, dass der Konkurrent nicht direkt wieder auf den Markt kommen kann. Das heißt, dass der Markteintritt sehr teuer ist und die Investitionen verloren gehen. Das mag bei Märkten wie bei der Herstellung von Automobilen zum Beispiel naheliegen. Wenn VW für zehn Jahre lang die Autos verschenkt, wären Sie danach ein Monopolist, weil es keinen anderen Marktteilnehmer mehr gäbe. Und der Aufbau einer neuen Autofabrik kostet sehr viel Zeit und Geld. Das sehen Sie gerade Berlin-Brandenburg. Wenn Sie gucken, Tesla hat da große Probleme. Außerdem gibt es noch die denkbare Problematik, dass möglicherweise die anderen sich irrational verhalten und genauso Chaos machen wie sie. Dann funktioniert das Ganze auch nur bedingt. Die letzte Säule war die Zusammenschlusskontrolle. Und da haben wir vor einem Jahr den großen Zusammenschluss gehabt von Edeka und Real. Sie erinnern sich, Real gibt es nicht mehr. Es gibt zwar noch einzelne Real-Märkte, aber die werden entweder schrittweise verkauft oder sind schon verkauft. Und zwar nicht an irgendwelchen Neueinsteiger, die sagen, ich will mal Tante-Emma-Laden betreiben, sondern an große Player, die es schon gibt, namentlich Kaufland und Edeka. Und da musste das Bundeskartellamt prüfen, ob dadurch eine marktbeherrschende Stellung für Real-Konkurrenten wie Kaufland entstanden sind. Das heißt, wir mussten gucken, ob noch genug Konkurrenten da auf dem Markt sind. Und aus dem Grunde wurden auch bestimmte Zusammenschlüsse verboten. Das heißt, bestimmte Filialen durften nicht an bestimmte Konkurrenten gehen. Ansonsten kennen Sie es auch im kleineren Rahmen, zum Beispiel bei Buchhandlungen. Sie wissen, Thalia ist eine große Kette von Buchhandlungen. Eine andere Kette ist Lehmanns. Und die sind auch zusammengeschlossen. Thalia hat Lehmanns gekauft. Und da musste auch das Bundeskartellamt prüfen, ob das eine marktbeherrschende Stellung begründet oder ob es noch genug Konkurrenz auf dem Buchmarkt gibt. In den meisten Fällen werden Zusammenschlüsse genehmigt. Sie kennen das zum Beispiel bei WhatsApp und Facebook. Allerdings unter Auflagen. Das heißt, dass gesagt wird, ihr dürft zusammengehen, müsst aber folgende Sachen beachten. So war zum Beispiel eine Auflage bei WhatsApp und Facebook, dass die Daten von WhatsApp nicht an Facebook gehen dürfen. Und wie Sie alle wissen, hat man sich da eine gewisse Zeit lang dran gehalten, aber heute nicht mehr. Und deshalb hat Facebook unter anderem jetzt ein kartellrechtliches Problem. Sie sehen also, das sind Themen, die uns alle beschäftigen und jeden Tag beschäftigen. Und das ist auch für die EU ein Problem. Die EU weiß nämlich, wenn einzelne Staaten ihre Unternehmen aufpäppeln, durch Subventionen oder durch erleichterte Wettbewerbsbedingungen, kann das Vorteile geben gegenüber Unternehmen aus anderen Staaten. Wenn Deutschland also VW Geld in die Hand drückt, dann hat VW einen Vorteil gegenüber Renault oder anderen Unternehmen aus Frankreich oder anderen Mitgliedstaaten. Das Ganze begründet dann möglicherweise ein Handelshemmnis und ist dann ein unfairer Vorteil im Binnenmarkt. Daher sagt 107 AEUV, gibt es ein Beihilfeverbot. Die Staaten dürfen Unternehmen grundsätzlich kein Geld geben, außer die EU-Kommission erlaubt das. Sie erinnern sich alle, bei den Corona-Hilfen war dann dieser Antrag, wo man gesagt hat, wir ermöglichen das. Und dann hat man hier eben diesen Zugang. Wir haben aber damit ein Problem, denn Sie haben ja gesehen, wir haben sowohl das Kartellverbot als auch das Missbrauchsverbot als auch die Fusionskontrolle auf nationaler und auf europäischer Ebene. Und damit haben wir theoretisch einen Normkonflikt. Was gilt, wenn die widersprüchlich geregelt sind? Was gilt also, wenn das deutsche Recht etwas verbietet, was das Europarecht erlaubt? Und was gilt, wenn das Europarecht etwas erlaubt, was das deutsche Recht verbietet? Grundsätzlich gilt im Kartellrecht die sogenannte Zwei-Schranken-Theorie. Das bedeutet das Nadelöhr-Prinzip. Es gilt die strengste Vorgabe. Wenn also etwas nach Europarecht verboten ist, dann ist es verboten. Wenn etwas nach deutschem Recht verboten ist, dann ist es auch verboten. Unabhängig davon, was die jeweils andere Rechtsordnung sagt. Es gilt die strengste Regel. Allerdings wird das wieder modifiziert durch den Anwendungsvorrang des Europarechts. Sie erinnern sich an Ihre Vorlesung im Europarecht hoffentlich. Und dieser Anwendungsvorrang sagt, das deutsche Recht darf nicht angewandt werden, wenn es in Widerspruch zum Europarecht steht. Umgekehrt gibt es auch keinen Zwang der EU-Kommission, sich mit nationalem Recht auseinandersetzen. Die EU-Kommission guckt ausschließlich ins Europarecht, während die deutschen Behörden spiegelbildlich immer das Europarecht beachten müssen, um zu gucken, ob ihre Regeln ausgeschlossen sind. Diese sehr abstrakten Ausführungen müssen Sie zum Glück heute nicht mehr lernen. Denn die EU hat das Ganze wunderbar aufgeschrieben für Sie in Artikel 3 der Verordnung 1 aus 2003, der sogenannten Kartellverordnung. Wenn Sie einen Gesetzestext haben, dann finden Sie diese Verordnung auch da drin. Und Sie sollten sich diese Verordnung unbedingt merken. Die brauchen Sie immer, immer, immer wieder. Das ist quasi die wichtigste Verordnung von allen. Und in dieser VO 1-2003 ist ein Artikel 3 und der hat die tolle Überschrift Verhältnis zwischen den Artikeln 81 und 82 des Vertrages zu dem einzelstaatlichen Wettbewerbsrecht. Warum steht da 81, 82? Nun, Sie wissen, die EU ist ein dynamisches Konstrukt und dummerweise gab es nicht immer schon den AIUV, Es gab früher den EGV, den EG-Vertrag und der war anders nummeriert. Heute ist es 101, 102. Man hat die Verordnung aber nicht angepasst. Das heißt, da wird immer noch von den alten Artikeln gesprochen. Inhaltlich ist das Gleiche da geregelt. Das ist auch wörtlich identisch. Man hat einfach nur die Zahlen geändert und vergessen, die in der Verordnung anzupassen. Was steht da jetzt drin? Artikel 3 VO 1-2003 sagt, Die Anwendung einzelstaatlichem Wettbewerbsrecht darf nicht zum Verbot von Vereinbarungen führen, welche den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind, aber den Wettbewerb nicht einschränken oder die Bedingungen des 81.3, das heißt, die Bedingungen einer Freistellung erfüllen oder durch eine Verordnung zur Anwendung von Artikel 81.3, also einer sogenannten Gruppenfreichtungsverordnung, erfasst sind. Anders ausgedrückt, wenn das Europarecht anwendbar ist, also Zwischenstaatlichkeit besteht, aber das Ganze nach Europarecht erlaubt ist, dann darf das nationale Recht es nicht verbieten. Also wird das, was wir eben gesehen haben, die Zwei-Schranken-Theorie hier modifiziert und es wird gesagt, das nationale Recht darf nicht strenger sein als das Europarecht. Es darf weniger streng sein, aber wenn es weniger streng ist, dann setzt sich das Europarecht durch und das nationale Recht bleibt einfach nicht angewandt. Wenn es strenger ist, dann wird das nationale Recht vom Europarecht überlagert und findet einfach keine Anwendung. Der deutsche Gesetzgeber wollte dieses Problem für Sie lösen, indem er einfach Paragraf 1 GWB wörtlich so gefasst hat wie Artikel 101 AIUV. Das heißt, damit wollte er sicherstellen, dass die Kartellverbote parallel laufen, indem eben da kein Unterschied ist. Dasselbe bei Paragraf 2 GWB und Artikel 101 Absatz 3, der regelt die Ausnahmen, auch da eine wörtliche Parallelität, um sicherzustellen, dass in Deutschland nichts erlaubt wird, was nach Europarecht verboten ist und umgekehrt. Den Artikel 3 V1 2003 finden Sie in leicht modifizierter Form in Paragraf 22 GWB nochmal. Also Artikel 3 V1 2003 und Paragraf 22 GWB sind eine Parallelregelung. Allerdings Paragraf 22 brauchen Sie eigentlich nie anzuwenden, denn der 3 V1 2003 ist Europarecht unmittelbar anwendbar und damit vorrangig. Das, was ich Ihnen eben gesagt habe, gilt für Artikel 101 und Paragraf 1. Sie können aber noch gucken, es gibt eine besondere Ausnahme im deutschen Recht in Paragraf 3 GWB. Da geht es um Mittelstandpartelle und diese hat keine Parallele im Europarecht. Das heißt, diese dürfen Sie nur anwenden, wenn ein Fall ausschließlich nationale Bedeutung Zwei Bäcker in Passau verabreden sich, um den Bäckereiketten oder um den Supermärkten einen auszuwischen. Das wäre dann ein Fall von Paragraf 3 GWB und Paragraf 3 GWB wird durch Europarecht verdrängt, wenn es zwischenstaatliche Bedeutung hat. Das heißt, wenn mehr als ein Mitgliedstaat davon betroffen wäre. Wenn Sie sich erinnern, habe ich aber gesagt, das Kartellrecht basiert auf drei Säulen und bisher habe ich nur über die erste Säule geredet, also das Kartellverbot. Die zweite Säule, das Missbrauchsverbot, ist in Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 der VO1 2003 angesprochen. Und da gilt eine andere Regel. Da steht nämlich, den Mitgliedstaaten wird nicht verwehrt, strengere innerstaatliche Vorschriften zur Unterbindung oder Ahnung einseitiger Handlungen zu erlassen oder anzuwenden. Damit ist gemeint, wenn ein Unternehmen einseitig seine Macht ausübt, gelten nicht diese Vorgangvorgaben, sondern da dürfen die nationalen Kartellbehörden strengere Verbote anwenden. Und wenn Sie gucken, der 19 Absatz 2 GWB enthält in der Tat über Artikel 102 AGV hinausgehende Verbote. Und wir werden sehen, dass der neu gefasste 19 Absatz 1 GWB auch weiter gefasst ist als der Artikel 102 Absatz 1. Warum hat man das Kartellrecht nicht harmonisiert? Man hätte doch eine Richtlinie erlassen können. Nun, das hat einen einfachen politischen Grund. Wenn der Wettbewerb rein auf nationaler Ebene betroffen ist, also unsere Stände auf dem Weihnachtsmarkt oder unsere Bäcker in Passau, dann ist das ein rein nationales Interesse. Und da gibt es keinen Grund, dass das Europarecht da Anwendung findet. Sie wissen, es gilt im Europarecht das Problem der beschränkten Ermächtigung und der Subsidiarität. Und es gibt keine Ermächtigung für die EU, die rein innerstaatlichen Märkte zu regeln, sondern nur den Binnenmarkt. Und das heißt, es gibt keine Befugnis, da eine Vollharmonisierung durchzuführen. Daher hat man einfach gesagt, für ihre inneren Angelegenheiten sind die Mitgliedstaaten selber zuständig. Und wenn sie da andere Sachen regeln wollen als die EU, ist das kein Problem. Sie sehen auch, der Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 sagt ja ausdrücklich, das gilt nur, wenn der Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigt ist. Wenn dagegen es wirklich um was rein Lokales geht, dann hat die EU keine Regelungsbefugnis und muss das Ganze hinnehmen. Das ist der Grund, warum wir das so geregelt haben. Gut. Die Regelung ist nicht wirklich schwierig. Das kriegen wir hin. Artikel 3 Absatz 3 sagt schließlich, die Absätze 1 und 2 gelten unbeschadet der allgemeinen Grundsätze nicht, wenn die Wettbewerbsbehörden Gesetze über die Kontrolle von Unternehmenszusammenflüssen anwenden. Also unsere dritte Säule. Was bedeutet das Ganze? Nun, da gibt es erstmal keinen Vorrang oder Nachrang. Das heißt, die 101, 102 haben keinen Vorrang, wenn es um Zusammenflüsse geht. Wir werden später noch lernen. Die meisten Zusammenflüsse basieren auf einer Vereinbarung und man könnte sie daher theoretisch unter Artikel 101 subsumieren. Der Artikel 3 Absatz 3 stellt sicher, dass hier ausschließlich das Fusionskontrollrecht gilt, was rein größenabhängig Anwendung ist. Das Ganze hat das Ziel, dass man das Ganze parallel anwenden kann und es hat auch, wenn Sie in Artikel 3 Absatz 1 sehen, zur Folge, dass die nationalen Behörden auch Europarecht prüfen müssen. Das heißt, das Bundeskartellamt prüft nicht nur Paragraf 1 GWB, sondern es prüft auch Artikel 101 AEUV und wendet beide parallel an. In der Praxis guckt man sich vor allen Dingen den AEUV an, denn das deutsche Recht ist ja parallel, da muss man sich nicht viel Mühe machen. Trotzdem, Sie müssen nicht zur EU-Kommission für Europarecht. Auch die nationalen Kartellbehörden wenden das europäische Kartellverbot in eigenem Namen an. Zusammengefasst, im Kartellverbot können sowohl die deutschen Behörden als auch die EU-Kommission, wie sie vorgehen, die deutschen Behörden prüfen das nationale Recht und das Europarecht, die EU-Kommission nur das Europarecht. Beide sind parallel anwendbar, beide Rechtsordnungen. Allerdings darf das deutsche Kartellverbot nicht strenger sein als das Europarecht und umgekehrt darf das deutsche Recht nicht mehr erlauben als das Europarecht. Wenn es das tut, dann wird es vom Europarecht verdrängt. Bei der Missbrauchsaufsicht ebenfalls, die deutschen Behörden können beide Sachen anwenden, die EU-Kommission nur Artikel 102. Hier darf das deutsche Recht aber strenger sein als das Europarecht. Und das ist es derzeit auch, weil es vom Wortlaut her mehr umfasst. Und bei der Fusionskontrolle geht es um Schwellenwerte. Das heißt, ab einem bestimmten Größenfaktor ist ausschließlich die EU zuständig. Und unter diesem Größenfaktor sind ausschließlich die nationalen Behörden zuständig und können bestimmen, ab wann sie überhaupt einschreiben. Praktische Bedeutung ist relativ offensichtlich. Sie sehen das in den Themen EU gegen Microsoft, wo es um die Frage ging, durfte man den Media Player mit Windows koppeln? Musste Microsoft die Schnittstellen offenlegen? Und die Folgen können Sie auch sehen. Windows Media Player nutzt heute niemand mehr. Und Sie sehen auch, Microsoft ist nur noch im Triebsystemmarkt relativ schwach vertreten, weil im Tablet-Markt sie es nicht geschafft haben, auf den Markt zu kommen, weil man ihm bestimmte Verhaltensweisen verboten wäre. Hier kommt noch die Frage, gibt es eine Zweckmäßigkeit, dass man in der Klausurlösung zuerst Europarecht prüft und dann national oder umgekehrt? Sie können beide Aufbauten wählen, schlicht deshalb, weil beim Kartellverbot es ja ohnehin wörtlich identisch ist. Das heißt, es kann keinen Unterschied machen, ob Sie mit Paragraph 1 anfangen oder mit dem wortgleichen Artikel 101. Der einzige Unterschied ist, dass Sie ein zusätzliches Tatbestandsmerkmal haben, nämlich die Zwischenstaatlichkeit, die es ausschließlich im Europarecht gibt. Und diese Zwischenstaatlichkeit müssen Sie im nationalen Recht nicht prüfen. Wenn Sie mit dem nationalen Recht anfangen, können Sie also erstmal alles durchprüfen. Und wenn Sie feststellen, da ist kein Verstoß, dann brauchen Sie das Europarecht gar nicht zu prüfen oder Sie schreiben nur einen Satz. Damit kann auch kein Verstoß gegen Artikel 101 vorliegen. Wenn Sie dagegen das deutsche Recht bejaht haben, müssen Sie dann im Europarecht immer noch prüfen, ob ein zwischenstaatlicher Sachverhalt vorliegt. Und das ist halt ein zusätzlicher Prüfungspunkt, den Sie dann noch einzeln diskutieren können. Aber einen zwingenden Aufbau gibt es nicht. Sie können natürlich auch eher das Europarecht prüfen, dann feststellen, dass Sie eine Zwischenstaatlichkeit prüfen und dann das nationale Recht prüfen und sagen, ja, aber das braucht keine Zwischenstaatlichkeit, also greift das hier ein. Gut. Also globale Bedeutung sehen Sie am Fall Microsoft. Sie sehen es am laufenden Verfahren gegen Google, wo Google momentan mit seinem Shopping und mit Android und vielen anderen Sachen in Konflikt mit der EU steht. Und das beeinflusst halt die Suchmaschinen, die Sie jeden Tag sehen. Und auch das berühmte Verfahren Deutschland gegen Facebook, wo es darum geht, dass Facebook ihre Daten einfach abgreift. Auch das ist selbstverständlich Tagespresse und beeinflusst ihr Leben. Gleichzeitig ist das Kartellrecht eine erhebliche Einnahmequelle für den Staat. Sie können sich vorstellen, da werden Millionen Bußgelder verhängt. Damit kann man schon mal ein paar Wirtschaftsförderungsmaßnahmen machen oder ein paar Professoren einstellen. Das heißt, man kann mit dem Geld auch was Sinnvolles machen. Und für Sie als Juristen sehr attraktiv. Es ist für Anwälte ein mordsmäßig gut bezahltes Tätigkeitsfeld. Wir werden noch einen Vortrag von Frau Limsmeier von Gleis Lutz haben. Die ist Star-Anwältin im Kartellrecht. Und fragen Sie mal nach Ihrem Gehalt. Da schlackern Ihnen noch die Ohren und Sie sagen, für das Geld würde ich eine Woche arbeiten und dann würde ich meinen Ruhestand ankündigen. Also Kartellrecht ist ein Mordsmarkt auch für die Berater. Ganz unter unserer Liste steht Verbraucherschutz. Kartellrecht soll mittelbar die Verbraucher schützen vor zu hohen Preisen, unfairen Bedingungen und schlechten Produkten. Das ist im UWG natürlich viel stärker gewesen, wo es um Lügen, Betrügen, Erpressen ging. Hier im GWB geht es stärker darum, dass man die großen, mächtigen Unternehmen an die Kandarren nehmen will. Das ist so die Idee der Regelung. Wir haben darüber gesprochen, dass es das Bundeskartellamt gibt. Und wir haben die EU-Kommission erwähnt. Ich will aber nicht verschweigen, es gibt in Deutschland auch mehr Kartellbehörden. Das ist eine Frage, die habe ich mal in mündlichen Prüfungen gestellt. Und die Kandidaten haben Sie alle nicht beantworten können, obwohl sie in dieser Vorlesung drin ist. § 48 GWB sagt, grundsätzlich ist das Bundeskartellamt zuständig, aber es hat einen Satz 2, in allen Fällen, die nicht über das Gebiet eines Landes hinausreichen, ist die nach Landesrecht zuständige oberste Landesbehörde zuständig. Und für alle Freunde des allgemeinen Verwaltungsrechts, die wissen alle, was eine oberste Landesbehörde ist, nämlich ein Ministerium. Ministerien sind oberste Landesbehörden, während die anderen, die besonders coole Namen haben, sowas wie Landesamt für Ausbildungsförderung oder Landesamt für Statistik, sind Landesoberbehörden. Daher wissen Sie, dass die Landeskartellbehörde kein Landeskartellamt ist, sondern einfach das zuständige Ministerium und das ist jeweils das Wirtschaftsministerium. Die bayerische Kartellbehörde ist also nichts anderes als eine Abteilung im Wirtschaftsministerium des Landes Bayern, eine Freistaatsbehörde und die kümmert sich zum Beispiel um den Passauer Weihnachtsmarkt. Es gibt keine örtlichen Kartellbehörden oder Kreiskartellbehörden, sondern es gibt ausschließlich eine bayerische Kartellbehörde und das ist eine Abteilung des Wirtschaftsministeriums. In der Praxis haben die Landeskartellbehörden eher wenig zu tun, weil Sie können sich vorstellen, die meisten Sachen sind über die Grenze eines Bundeslandes hinaus oder sie sind so klein, dass man sie gar nicht bemerkt. Also die Preisabsprachen auf dem Weihnachtsmarkt oder unter den Bäckern spielen in der Praxis keine große Rolle, aber auch da arbeiten Juristen und Ökonomen, das heißt, da sind Leute, die zumindest was tun, Beamte. Der Hauptplayer ist aber das Bundeskartellamt in Bonn. Ich habe hier die schöne Ansicht gewählt, das ist die schöne Ansicht des Bundeskartellamts, da arbeiten ungefähr 300, 400 Leute. Davon ist die Hälfte juristisch ausgebildet, die andere Hälfte volkswirtschaftlich, das heißt, da sitzen Vivis und Juristen in einem Haus und müssen gemeinsam Fälle bearbeiten. Wenn Sie sich an Ihr Studium in den letzten Jahren erinnern, viel mit Vivis hatten Sie nicht zu tun, aber da haben Sie die jeden Tag neben sich sitzen, weil die Sachverhalte eben nicht nur rechtlich zu beurteilen sind, sondern auch auf ihre Wettbewerbsfolgen zu untersuchen. Bundeskartellamt, eine mächtige Behörde, vor allen Dingen aber auch eine sehr medienwirksame Behörde. Recht sehen Sie Herrn Mund, sehen Sie immer wieder im Fernsehen, in Pressemitteilungen, immer dann, wenn es irgendwas Tolles gibt, sehen Sie da, das Bundeskartellamt hat wieder 500 Millionen Bußgelder verhängt und keine Ahnung was. Das ist eine sehr deutliche deutsche Behörde. Die EU hat in der Kommission die Frau Vestera, Sie kennen die, war mal auf dem Weg zur Präsidentin, bevor unsere Ursula von der Leyen kam. Also auch die sehr gerne in den Medien, immer dann, wenn man gegen große Unternehmen wettern kann. Jetzt kommt der Teil, den Sie wahrscheinlich am langweiligsten finden, der aber immer wieder mal gerne in Prüfungen auftaucht. Ein Blick in die Geschichte, nicht weil ich Rechtshistoriker bin, so lange geht es ja nicht zurück, sondern einfach, damit Sie ein Gefühl dafür haben, dass Kartellrecht keineswegs selbstverständlich ist. Ich habe schon gesagt, Kartellrecht gab es weder im römischen Recht noch im Mittelalter. Das Kartellrecht ist eine Erfindung des späten 19. frühen 20. Jahrhunderts, also was relativ Modernes. Der Grund dafür ist, dass ganz früher der Staat ohnehin alles regelte. Man sprach vom Merkantilismus, es gab keinen freien Wettbewerb, sondern eine Planwirtschaft letztendlich, wo der Staat ihm sagte, du kommst in den Bäckerstand und bist ab sofort nur noch für Brote zuständig. Allerdings gab es dann die Revolution, man hat Gewerbefreiheit eingeführt. in Deutschland Anfang des 19. Jahrhunderts. Das bedeutete, jeder konnte jedes Gewerbe ausüben, soweit es nicht ausnahmsweise genehmigungsbedürftig war. Und das führte dazu, dass manche Leute da Missbrauch mittrieben und gegenseitig sich in die Pfanne hauten und versuchten, alle Konkurrenten vom Markt zu verdrängen, um der Einzige Beteiligte zu sein. Das heißt, da wollte man dann schon verhindern, dass die Gewerbefreiheit missbraucht wird, um eben den kleinen mittelständigen Unternehmen die Existenz zu ermöglichen und hat da regulierend eingekliffen. Dann kam aber eine Wirtschaftskrise und man hat gesagt, oh, damit die armen Unternehmen nicht alle pleite gehen, muss man ihnen ermöglichen, sich über Preise zu einigen oder Konditionen. Das heißt, Kartelle wurden begrüßt, man hat gesagt, ein Kartell ist doch eine tolle Sache, damit können sich die Kleinen über Wasser halten und wir ermöglichen dadurch, dass überhaupt noch Leute da sind. Man sprach von Kartellen als Kinder der Not und die Kartelle waren dazu da, die Kleinen zu retten. Ein gewisses Überbleibsel dieses Gedankens ist der Paragraf 3 GWB, der eben sagt, die Kleinen und Mittelständigen sollen sich zusammenschließen können, um sich gegen die anderen Großen zu verteidigen. Das heißt, da ist die Idee, die Kleinen können nur überleben, wenn sie sich koordinieren dürfen. Sie sehen also, so recht in Gang kam das Ganze in Deutschland, nicht ganz anders in den USA. Die Amerikaner hatten nämlich Angst vor der Vision, dass die großen Konzerne die Politik kontrollieren und damit auch den Staat. Das heißt, dass Unternehmen wie Facebook und Google letztendlich entscheiden, wie der Bürger leben kann. Um das zu verhindern, hat man den Sherman Act erlassen und der Sherman Act hat im Wesentlichen verboten den Missbrauch wirtschaftlicher Macht. Er sollte sicherstellen, dass Unternehmen immer unter der Kontrolle des amerikanischen Justizministeriums stehen. Das war eine Revolution, das war quasi eine Art Rückschritt wieder in die Verstaatlichung der Unternehmen und man hatte damals nur Generalklauseln eben um das Ganze möglichst flexibel zu halten. Man hat das Ganze dann erweitert 1914 mit der Absprache zur Monopolisierung, das heißt Unternehmen, die versucht haben, einen Markt zu monopolisieren, sollten schon im Vorfeld verfolgt werden können. Dann hat man als nächstes 1914 eine Sonderbehörde geschafft, damit das arme Justizministerium, was ja auch noch ein paar Gesetze machen soll und Vorschläge für die Richterwahl und ähnliches, nicht völlig überlastet ist, nämlich die Federal Trade Commissions. Und die Federal Trade Commission kann unter anderem unlauteres Verhalten unterbinden, das heißt, das was wir im UWG machen, kann die FTC in den Amerika behördlich durchsetzen. In der Folge hat man dann immer weiter die Regeln verschärft. 1976 hat man dann eingeführt, eine Pflicht, große Fusionen vorab anzumelden, damit der Staat die prüfen kann, bevor sie durchgeführt werden und nicht erst ex post. 1980 kam Ronald Reagan an die Regierung. Sie wissen, Ronald Reagan, Präsident, Republikaner und Schauspieler und Ronald Reagan war ein großer Freund der Chicago School und er sagte, der Staat mischt sich in Dinge ein, von denen er keine Ahnung hat, die Wirtschaft wird es schon selber regeln, der Markt hält sich selber und er hat gesagt, grundsätzlich sollen die Kartellbehörden sich zurückhalten. Dazu bedurfte es keiner Änderung im Gesetz, das war einfach ein präsidiales Veto, könnte man sagen. Bitte macht nichts, lasst die Finger davon. Das war auch ein Grund, warum Unternehmen wie Microsoft zum Beispiel sehr viel Macht anhäufen konnte, weil die Kartellbehörden sich freundlich zurückgehalten haben aufgrund der Weisung des Präsidenten. Sie sehen da auch schon die zentrale Schwäche des amerikanischen Modells. Es gibt keine unabhängigen Behörden, sondern die sind halt alle abhängig vom jeweiligen Präsidenten. Sie haben das bei der Trump-Regierung im Blick auf Umweltschutz gesehen, wo dann entsprechend die Umweltschutzbehörde zurückgefahren wurde. Genauso geht es natürlich auch im Kartellrecht. Je nachdem, wer da gerade an der Macht ist, macht die mal wehr und mal weniger. Damit Sie auch mal amerikanisches Recht gesehen haben, hier ist Paragraph 1 des Sherman Acts und der sagt, Jeder Vertrag, den Wettbewerb beschränkt, ist verboten, Punkt und Ende. Und wer dagegen verstößt, begeht ein Verbrechen, Felony heißt Verbrechen, nicht vergehen, und wird bestraft mit einer Geldstrafe von bis zu 100 Millionen Dollar, wenn er ein Unternehmen ist oder bis zu einer Million Dollar, wenn er eine Einzelperson ist oder Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren oder beides parallel, also Geldstrafe und Gefängnisstrafe. Also, das kann durchaus unangenehm sein. Und da hat man dann halt eine Abschreckung. In Deutschland, EU, gibt es keine Gefängnisstrafe für Kartelle. Das heißt, sie kriegen maximale Geldbuße. Das ist aber eher eine politische Entscheidung als irgendwie eine besonders gerechte. Paragraph 2 des Sherman Acts ist das, was ich eben gesagt habe. Verboten ist die Monopolisierung oder der Versuch der Monopolisierung oder der Versuch der Verabredung mit einer anderen Person, um einen Teil des Marktes zu monopolisieren. Und auch das ist ein Verbrechen und wird bestraft mit den gleichen Strafen wie die Absprache zur Wettbewerbbeschränkung. Das heißt, diese Regel soll grundsätzlich verhindern, dass jemand zu viel Macht anhäuft und soll große Unternehmen vorher schon in ihre Schranken weisen. Kommen wir wieder zurück nach Deutschland. In Deutschland gibt es die berühmte Entscheidung zum Sächsischen Holzstofffabrikantenverband des Reichsgerichts. Und das Reichsgericht hat ganz klar gesagt, auch ein Kartell fällt unter die Vertragsfreiheit. Und es verstößt auch nicht gegen die Gewerbefreiheit, wenn sich Gewerbsgenossen zu dem in gutem Glauben, verfolgenden Zweck miteinander verbinden, einen Gewerbsfreig durch Schutz gegen die Entwertung seiner Erzeugnisse und die sonstigen aus Preisunterbietungen einzelner hervorgehenden Nachteile lebensfähig zu halten. Das heißt, man will den harten Preiswettbewerb verhindern und man möchte gerne, dass die alle gut leben können. Und rein formal hat man gesagt, die Gewerbeordnung gewährt zwar Gewerbefreiheit, aber das ist nur ein Recht gegen den Staat. Einschränkung der Gewerbefreiheit durch Private seien kein staatliches Problem. Und rein politisch hat man noch gesagt, Kartelle sind ja eine gute Sache, denn wenn der Staat durch Schutzzölle, Sie erinnern sich, Trump und die Chinesen oder Trump und die EU, verhindern kann, dass die nationalen Produkte zu teuer werden im Vergleich zur Konkurrenz, dann können das Private erst recht. Also, während die Amerikaner munter Kartellverbote schaffen, sagen wir in Deutschland, Kartelle sind eine gute Sache. Und wenn Sie ja statistisch sehen, die Zahl der öffentlich bekannten Kartelle stieg stetig an. Deutschland war das Land der Kartelle. Da lohnte es sich noch, Absprachen zu treffen. Immerhin hat der Gesetzgeber sich bemüßigt gesehen, das Ganze einer Form zu unterwerfen, Schriftform für ein Kartell. Und Verträge, die ausschließlich formlos waren, waren damit nach 125 Satz 1 nichtig. Nichtig waren auch alle Verträge, wo Sie ein Ehrenwort geben sollten. Das heißt, der Formzwang war hier durch Ehrenzwang nicht zu ersetzen. Und dann kam die tolle Sache, wenn Sie die Anrufung eines Gerichts ausschließen, dann ist der Vertrag deshalb nichtig, denn man soll auf keiner Weise den Leuten verhindern, dass Sie die Klauselkontrolle gerichtlich durchführen. Ansonsten, die Kartellgerichte können das Ganze nicht wirklich beeinflussen, sondern der Reichswirtschaftsminister kann dann im Einzelfall Kartelle verbieten, wenn ausnahmsweise das Gemeinwohl gefährdet ist. Und um das noch deutlich zu machen, das Gemeinwohl ist insbesondere dann gefährdet, wenn in volkswirtschaftlich nicht gerechtfertiger Weise die Erzeugung und der Absatz eingeschränkt werden, die Preise gesteigert oder hochgehalten werden oder im Falle wertbeständiger Preisstellung Aufläge für Wagnisse eingerechnet werden oder die wirtschaftliche Freiheit durch Sperren im Einkauf oder Verkauf oder durch Festsetzung unterschiedlicher Preise oder Bedingungen unbillig beeinträchtigt wird. Das sind die Sachen, die wir später auch als Kernbeschränkungen kennenlernen werden. Das heißt, schon damals hat man gesagt, es gibt bestimmte Sachen, die ökonomisch gefährlich sind und die werden verboten. Ansonsten muss es ein Kündigungsrecht geben, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Und das ist immer dann, wenn die Wettbewerbsfreiheit beschenkt wird. Und darüber hinaus kann das Reichswirtschaftsministerium bestimmte Regeln als verbindlich oder unverbindlich anerkennen. Das waren so die Regeln dieser Verordnung. Das war das erste deutsche Kartellrecht von 1923. Wenig begeistert von diesen ganzen Regeln war das Reichsgericht. Und das Reichsgericht hatte noch mal eine Chance, sich mit Kartellrecht zu beschäftigen im berühmten Benrather Tankstellenfall. Benrath ist inzwischen ein Stadtteil von Düsseldorf und das ist in Nordrhein-Westfalen, also sehr weit weg von Passau. Und der T betrieb nun eine Tankstelle in Düsseldorf, Benrath. Und zwar eine sogenannte unabhängige Tankstelle. Das ist eine, die nicht zu den Mineralölkonzernen gehört, also nicht Aral, Elf oder wie sie alle heißen. Die Benzinlieferanten, also Aral und Co., haben einen Vertrag geschlossen, um, da steht auch noch im Vertrag drin, auf diese Weise die abträglichen Folgen gegenseitigen Wettbewerbs tunlichst einzuschränken. Das heißt, alle großen Tankstellenketten hatten einen Vertrag, wo drinsteht, wir wollen keine Preisunterbietung machen, wir wollen gewisse Mindestpreise haben. Deshalb war es so, dass alle Tankstellen aus diesen Ketten 29 Pfennig, also quasi damals das, was Cent war, pro Liter verlangten. Und das hat auch unser T gemacht. Der hat gesagt, ja, 29 Pfennig ist okay. Die Konzerne erhöhten dann für ihre gebundenen Tankstellen den Preis auf 32 Pfennig, während unser T weiterhin 29 Pfennig verlangte. Das heißt, er hat die Preiserhöhung nicht mitgemacht. Daraufhin bekam er einen freundlichen Anruf, willst du deinen Preis auch nicht erhöhen, so wie wir den erhöht haben? Und er hat gesagt, nö, ich finde 29 Pfennig ist okay. Daraufhin gingen die Tankstellenunternehmen hin und senkten ihren Preis auf 28 Pfennig. Das heißt, ein Pfennig weniger als unser T. Im Rest von Deutschland zahlte man immer noch 32 Pfennig, aber in Benrath war auf einmal das Benzin 28 Pfennig, außer bei T. Da hat der T seinen Preis auch auf 27 Pfennig gesenkt. Daraufhin haben die ihren Preis auf 26 Pfennig gesenkt. Und das Spiel haben sie lange getrieben. Das heißt, immer ein Pfennig weniger als unser T. Und als man sie dann fragte, warum macht ihr das, sagten die, wir machen das, damit der T immerhin die Preise genauso hoch nimmt wie wir. Wenn der T 32 Pfennig nimmt, dann gehen wir nicht mehr runter, dann lassen wir ihn leben. Solange er aber weniger nimmt als wir, werden wir ihn zerquetschen. Und der T sagt, das ist hier ein Vernichtungswettbewerb und das geht gar nicht. Die Mineralunternehmen haben gesagt, wir wollen genau verhindern, dass wir hier Preisdumping betreiben. Wir wollen als Unternehmen gut leben. Also Sie sehen, berechtigt Interessen und dass der Fall nicht ganz so offensichtlich war, sehen Sie auch daran, dass es bis zum Reichsgericht ging. Und es ging da um 826 BGB, das heißt, um eine vorsätzliche, sittenwidrige Schädigung des T durch die Konkurrenten. Und das Reichsgericht sagt, Preisbindungen sind Zustände, die in jetziger Zeit in Deutschland im weitesten Umfang herrschen. Das Reichsgericht sagt also explizit, Preisabsprachen sind normal. Heute, wo diese Zustände jedem am Geschäftsleben Beteiligten und weiten anderen Kreisen geläufig sind, kommt niemand mehr auf den Gedanken, anzunehmen, dass die selbstständige Stellung eines Kaufmanns vernichtet sei, weil er in der Feststellung der Preise durch Bestimmung eines Syndikats, dem er angehört oder in der Gestaltung der Löhne durch Tarifverträge gebunden ist. Das heißt, allein die Preisbindung ist eigentlich nicht schlimm, das ist okay. Das Reichsgericht sagt weiter, dem deutschen Recht ist die Anschauung fremd, dass eine Preiskonvention mit der Schaffung einer Monopolkonstellung durch Preiskampf ohne weiteres sittenwidrig sei. Also Sie sehen, grundsätzlich sagt das Reichsgericht, ist doch okay, wenn er euch über Preise verabredet, damit muss man leben. Aber glücklicherweise hat das Reichsgericht dann gesagt, so ganz okay ist es dann doch nicht, denn es geht hier nicht mehr um Leistungswettbewerb, sondern es geht um gezielte Diskriminierung eines Einzelnen und der Preis, der hier verlangt wurde, war ohnehin kein Schleuderpreis. Das heißt, es gab keinen berechtigten Grund. Es war ein schwerster Behinderungswettbewerb und dieses rücksichtlose Preisunterbieten mit dem ausschließlichen Ziel der Vernichtung des Gegners sei nicht mehr gerechtfertigt und daher sittenwidrig. Das heißt, für diesen Extremfall hat man gesagt, das ist dann doch zu viel des Guten, also ein Preisunterbieten ging dann nicht. Sie wissen, 1931, wir nähern uns den dunklen Zeiten in Deutschland und das Erste, was den Nazis einfiel, war, wir richten Zwangskartelle ein. Zwangskartelle im Sinne von, wir fügen bestimmte Unternehmenskreise zusammen, um die Marktmacht dieser Unternehmen zu steigern, denn es ist billiger, große Unternehmen zu haben als viele kleine. Sie kennen den Volkswagen, sie kennen den Volksempfänger, die werden in Massenproduktion gemacht, dafür brauchen wir aber große Einrichtungen und deshalb kann das Reichswirtschaftsministerium auch gegen den Willen der Unternehmen Unternehmen zusammenfügen und bestimmte Standardbedingungen durchführen. Das heißt, im Dritten Reich haben wir genau die gegenteilige Entwicklung gehabt, wir haben Unternehmen zum Zusammenschluss gezwungen, das heißt, sie mussten sich mit der Konkurrenz zusammenschließen, weil das so war. Sie wissen auch, der Zweite Weltkrieg endete und Deutschland wurde in verschiedene Gebiete aufgeteilt und in der Tat, bis auf die russischen Besatzungsgebiete, hat jede einzelne der drei verbleibend alliierten Mächte die Monopole wieder aufgebrochen und das war geregelt in einer Mitteilung der Drei-Mächte-Konferenz, das heißt, der drei Sieger, der Briten, der Amerikaner und der Franzosen und die haben gesagt, wir müssen so schnell wie möglich diese Kartelle aufbrechen und wir müssen dafür sorgen, dass wieder freier Wettbewerb in Deutschland besteht und da alle miteinander konkurrieren und in der Tat haben alle drei entsprechende Regelungen erlassen 1947, die verhindert haben, dass die Monopole so weitergetrieben werden oder wieder aufgebaut werden, das heißt, die drei Regelungen stellten sicher, dass in Deutschland wieder Wettbewerb einkehrte. Sie wissen auch, die Besatzungszeit endete relativ schnell und wir hatten da eine Bundesrepublik Deutschland und die konnte selber ihre Gesetze erlassen. Es galten zunächst mal die Regelungen der Alliierten fort, aber irgendwann mal war man dann so, dass man auch selber was tun konnte und wollte. Das Wettbewerbsrecht stand erstmal in der Tat sehr früh auf der Agenda und man hat das getan, was man der Politik immer tut, man hat Experten eingesetzt und gesagt, macht mal ein Gutachten, wie ein Kartellrecht aussehen konnte. Und die Sachverständigen haben einen Entwurf gemacht und der Entwurf wurde 1949 vorgelegt. 1952 hatte man dann immerhin schon einen Regierungsentwurf und dann zog sich das Ganze hin bis 1957, dann wurde endlich das GWB beschlossen und es trat in Kraft 1958. Sie erinnern sich, die Amerikaner waren Ende des 19. Jahrhunderts soweit, dass sie ein Kartellverbot hatten. Die Deutschen haben immerhin bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts gebraucht, um sowas zu schaffen. Selbst dieses Gesetz hatte noch keine Fusionskontrolle, das heißt, es hatte nur zwei der drei Säulen und es war erst mal ein Meilenstein, weil es überhaupt Kartelle verboten hat. Aber es war auch ein Schweizer Käse, es hatte extrem viele Ausnahmen. Das sehen Sie im jetzigen Kartellgesetz immer noch. Wenn Sie sich das BWB angucken, stellen Sie fest, es gibt Paragraf 1, 2, 3, aber dann kommen große Lücken und dann geht es erst hinten wieder mit Paragrafen 18 weiter. Es gab jede Menge Ausnahmetatbestände, die inzwischen alle aufgehoben sind. Dieses Schweizer Käse-Modell war trotzdem ein Fortschritt gegenüber dem nicht, was vorher existierte, wo man nur 826 heranziehen konnte und insoweit ein gutes Konzept. Der Regierungsentwurf lobt sich auch selber, der sagt nämlich, ja, die Wettbewerbswirtschaft ist die ökonomischste und zugleich demokratischste Form der Wirtschaftsordnung und der Staat soll nur lenkend eingreifen, sobald die zur Aufrechterhaltung des Marktmechanismus oder zur Überwachung der Märkte erforderlich ist, auf dem die Marktform des vollständigen Wettbewerbs nicht erreichbar ist. Sie sehen, hier folgt immer noch diesem Ideal von Adam Smith, das was wir hatten mit der Schlafmützen Konkurrenz, weil man eben noch nicht soweit war und man sagt, die Wirtschaftsverfassung bildet das wirtschaftspolitische Gegenstück zur politischen Demokratie, während der Inhalt als das politische Mitgliedungsrecht des Staatsbüros anzusehen ist, stellt die Wettbewerbsordnung die wirtschaftlichen Grundrechte der Freiheit, der Arbeit, der Verbraucherwahl sicher. Ganz toll, Demokratie durch Wettbewerb. Das GWB wurde reformiert. Die große GWB-Novelle war die zweite, die die heutigen Paragrafen 35 folgende GWB einführte, die Zusammenschlusskontrolle. Außerdem hat man Regelungen für marktstarkere Unternehmen eingefügt, den heutigen Paragrafen 20 und man hat die Preisbindung für Markenartikel ausgeschlossen. Bisher war es so, dass sie bei Markenware Preise vorgeben konnten als Hersteller, sodass zum Beispiel Coca-Cola überall das gleiche kosten durfte und nur bei No-Name-Artikel freier Wettbewerb bestand. Die vierte und fünfte GWB-Novelle ruhte dann wieder etwas zurück, das waren quasi die kleinen GWB-Novellen, da ging es um den Schutz von kleinen und mittleren Unternehmen, man wollte sicherstellen, dass das Kartellrecht nicht den Mittelstand erdrosselt mit zu umfangreichen Beschränkungen und so die großen Unternehmen übermäßig bevorzugt. Das ist nicht allzu spektakulär gewesen, der große Schritt kam dann 1998, da hat man den Paragrafen 1 GWB weitgehend ans Europarecht angeglichen und man hat erstmals Regelungen zum Vergaberecht ins Kartellrecht reingeführt, das heißt für staatliche aufträgt. Jetzt nähen wir uns langsam den Gegenwart, die siebte GWB-Novelle von 2005 hat dann das Ganze 100% im Europarecht angeglichen im Hinblick auf das Kartellverbot und hat dann auch schon Anpassungen weiter hinten bei der Fusionskontrolle vorgenommen. Erst mit der achten GWB-Novelle hat man die 35 folgende an die Vorgaben der EU angeglichen, außerdem hat man da die Vermutung des Paragrafen 18 neu gefasst. Die neunte GWB-Novelle war vor allen Dingen dem Privatrecht gewidmet, das heißt in Paragrafen 33 folgende, da ging es um Schadensansprüche, Unterlassensansprüche und deren prozessuale Durchsetzung. Die letzte GWB-Novelle ist die zehnte GWB-Novelle von 2021, die sie hoffentlich schon in ihrem Gesetzestext einsortiert haben, beziehungsweise die sie demnächst auch käuflich erwerben können. Ab Ende Mai gibt es die DV-Text mit aktuellem GWB und da stand im Vordergrund vor allen Dingen das Verwaltungsverfahren und es gibt die neuen Regelungen im Missbrauchsrecht, die das Ganze auch als GWB-Digitalisierungsgesetz rechtfertigen. Da geht es darum, dass Unternehmen wie Facebook und ähnliches unabhängig von konkreten Missbrauchstatbeständen einer strengeren Aufsicht unterworfen werden können. All das aber später noch mehr. Auf europäischer Ebene hatte man bereits im IGKS-Vertrag bestimmte Regeln. Sie wissen, vor der EU gab es die EG, vor der EG gab es die EWG und es gab damals ein Drei-Säulen-Modell, nämlich den EWG-Vertrag, der Vertrag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, den Euratom-Vertrag, der Vertrag über die friedliche Nutzung der Atomenergie und den EGKS-Vertrag als ältesten Vertrag, der Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, wo es ging um die kriegstreibende Industrien, nämlich in Deutschland Kohle und in Frankreich Stahl, die eben in allen Weltkriegen sehr wichtig waren, die wurden da eben einer gemeinsamen Regulierung zugewiesen. Und dieser EGKS-Vertrag war der erste Vertrag, der Wettbewerbsregeln enthielt. Weitere Wettbewerbsregeln, die dem heutigen 101 entsprechen, gab es seit 1957 im 85-86 EWG-Vertrag. 85-86 EWG-Vertrag entsprechen wörtlich Artikel 81-82 EG-Vertrag und entsprechen wörtlich dem heutigen 101-102 EWG-V, den es seit 2009 gibt. Sie sehen, rechts stehen bestimmte Verordnungen und Sie sehen, da steht namentlich die VO 17 aus 62. Das war die erste Kartellverordnung. Die folgte dem einfachen Prinzip, Kartelle müssen vorher angemeldet werden bei der EU-Kommission und bedürfen einer Erlaubnis. Ich darf kein Kartell durchführen, was nicht vorher von der EU-Kommission erlaubt ist. Klingt auf dem Papier super, aber wenn Sie vorstellen, bei 27 Mitgliedstaaten, jeder meldet vorher sich bei der EU-Kommission und dann braucht die EU-Kommission ein halbes Jahr zu entscheiden, das kann nicht funktionieren. Also hat man diese Verordnung ersetzt durch die Verordnung 139 aus die Verordnung 1-2003. Diese Verordnung ist die, die ich eben schon erwähnt habe und diese Verordnung sagt zum einen, dass die EU-Kommission nicht mehr alleine zuständig ist, sondern die Mitgliedstaaten würden auch Europarecht anwenden. Zum anderen sagt sie aber, dass die Unternehmen selbst prüfen müssen, ob ihr Verhalten erlaubt ist und die EU-Kommission nur ex-post eingreift, wenn das Verhalten illegal war. Das heißt, sie selber tragen die Gefahr, dass sie ihr Verhalten als verboten einschätzen, obwohl es erlaubt war oder als erlaubt einschätzen, obwohl es verboten war. Die EU-Kommission kontrolliert es dann, wenn es da ist. Sie sehen, hier stehen noch zwei weitere Verordnungen. Das ist die Fusionskontrollverordnung. Die Fusionskontrolle ist die dritte Säule. Die ist weder im EUV geregelt, noch ist sie geregelt in der Kartellverordnung. Die ist eine ganz separate Regelung und die wurde eben auch reformiert, aber eben zuletzt 2004. Diese Regeln haben einfach ihre Nummern geändert, das heißt 85-86 wurden zu 81-82 und heute zu 101-102. Da hat sich vom Wortlaut her nichts geändert. Wettbewerb steht im Vordergrund der EU. Das stand früher in Artikel 3 IG Vertrag. Da steht ausdrücklich drin, es soll ein System geschaffen werden, das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarktes vor Verfälschungen schützt. Das heißt, man hatte da eine explizite Regelung. Der heutige Artikel 3 EU hat diese Regelung nicht mehr. Da steht nur noch, der Binnenmarkt soll ein ausgewogenes Wirtschaftswachstum und eine wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft enthalten. Allerdings gibt es ein Protokoll zu diesem Artikel, der ausdrücklich sagt, dass Artikel 3 des EUV auch diesen wundverfälschten Wettbewerb umfassen soll. Das heißt, hier steht Artikel 3, diese Fassung umfasst auch ein System, das den Wettbewerb vor Verschälfälschung schützt. Die Kartellverordnung seit 2003 basiert auf einem Weißbuch und im Kern drei Veränderungen. Die erste war, es gibt keine Vorab- Anmeldepflicht, es ist keine Erlaubnis mehr, sondern nur noch eine Sanktionsregelung. Zum Zweiten, dadurch, dass es keine Vorab- mehr gibt, können die Unternehmen selber prüfen, ob ihr Verhalten freigestellt ist, das heißt, unter eine Gruppenfreicherungsverordnung oder die Generalklausel fällt, das heißt, Unternehmen muss selber prüfen, ob ausnahmsweise eine Rechtfertigung vorliegt und zuständig ist nicht mehr nur die EU-Kommission, sondern es sind auch die Behörden der Mitgliedstaaten zuständig, das heißt, das Bundeskartellamt darf Europarecht prüfen. Ein Buzzword, was man im Kartellrecht immer wieder bringt, ist more economic approach. Die EU-Kommission hat verkündet im Jahr 1998, wir wollen nicht mehr nur Juristen sein, sondern wir wollen mehr an Ökonomie denken. Und sie hat das Ganze mit der Ankündigung, wir haben einen Need for a more economic approach ausdrücklich angekündigt und dann versucht das zu konkretisieren durch bestimmte Maßnahmen. Und die erste besteht darin, dass man sagt, es kommt auf die Gesamtwohlfahrt an, insbesondere die Konsumentenwohlfahrt, wir nehmen durchaus Wettbewerbsbeschränkungen hin, wenn das Ergebnis für den Endverbraucher positiv ist. Man ist nicht ganz so weit gegangen wie die Chicagos Kunde und sagt, ich darf nur eingreifen, wenn ich sicher bin, was es bringt, aber man sagt, guck erst mal, was hinten rauskommt, bevor du eingreifst. Zum Zweiten sagt man, wir gucken nicht so sehr auf die Formalia, sondern wir gucken auf die Ergebnisse. Man sagt also, es gibt bestimmte Aspekte, die wir dulden können. Wir versuchen grundsätzlich zu verhindern, das wettbewerbsschädliches Verhalten erlaubt ist. Wir versuchen also, nicht zu viel zu verbieten. Wir versuchen, so wenig zu verbieten wie möglich. Gleichzeitig soll versucht werden, wettbewerbsneutrales Verhalten, was überhaupt keine Auswirkungen hat, oder Verhalten, was den Wettbewerb sogar fördert, nicht zu verbieten. Das heißt, die Regeln so zu fassen, dass sie wie ein Skalpell gezielt die Sachen rausschneiden, die gefährlich sind und nicht allzu breit mit dem Holzhammer jede Absprache verbieten. Und last but not least heißt more economic approach, mehr Ökonomie wagen, das heißt, man will mehr auf ökonomische Methoden zurückgreifen. Wir werden lernen, das betrifft zum Beispiel so Sachen wie den S-SNIP-Test, das heißt Methoden, die wir verwenden können, um bestimmte Märkte abzugreifen, abzugrenzen, das heißt, man rechnet mehr, man versucht mehr VWL zu machen und weniger Jura, das heißt, ihre normale Methodik mit Wortlaut, Systematik, Historie und Sinn und Zweck, die tritt zurück gegenüber einem ökonomischen Aspekt, dass man den Markt betrachtet und da bestimmte Rechenoperationen durchführt, Modellberechnung und ähnliches. Mehr Ökonomie weniger Jura. Und das ist nicht nur ein Programmsatz, das findet sich konkret auch in Regelungen, zum Beispiel in der Fusionskontrollverordnung von 2004, wo dann gesprochen wird von einer erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs oder auch in Gruppen Freistellungsverordnungen, wo jetzt deutlich, wie soll man sagen, schwammigere Kriterien genannt wird und durch Leitlinien etwa zu horizontalen und vertikalen Zusammenschlüssen, wo die EU-Kommission versucht hat, Kriterien herauszuarbeiten. Ich habe schon gesagt, aktuell ist die zehnte GWB-Novelle mit dem tollen Titel GWB-Digitalisierungsgesetz oder im amtlichen Titel Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen für ein fokussiertes, proaktives und digitales Wettbewerbsrecht 4.0. Klingt Hightech cool modern. Was ist ein Weißbuch war gerade die Frage. Ein Weißbuch ist ein interner Aktionsplan der EU-Kommission, wo die EU-Kommission zusammenfasst, wie sie ein bestimmtes Problem angehen will, das heißt, wo sie einen konkreten Plan äußert. Also eine Vorgesetzgebungsankündigung, was werden wir tun. Wenn Sie sich angucken, was dieses GWB-Digitalisierungsgesetz ändert, dann sehen Sie aber recht schnell hier schon beim Inhaltsverzeichnis, es geht um Vorschriften zu den Kartellbehörden und es geht um Vorschriften zum Verwaltungsverfahren. Das heißt, das hat nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern das ist vor allen Dingen Verwaltungsrecht und zwar Verwaltungsverfahren, Verwaltungsverfahrensrecht, für alle, die Freunde des öffentlichen Rechts sind, also ein Schmankerl, aber für alle anderen eher ein Trauerkloß. Der Grund dafür, dass diese Regelungen da drin sind, ist natürlich wieder Europarecht. Es war eben schon die Frage, warum harmonisiert man gleich einfach das Kartellrecht? Nun, man hat jetzt harmonisiert die Regeln für die Kooperation der Wettbewerbsbehörden. Sie sehen, es ist hier eine Richtlinie 2019 eins im Hinblick auf eine wirksamere Durchsetzung der Wettbewerbvorschriften und zur Gewährleistung des reifungslosen Funktionierens Winnenmarktes und zwar durch Stärkung der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten. Die Idee dahinter war, dass man eben hier die Verwaltungsverfahren harmonisiert und den Wettbewerbsbehörden mehr Kompetenzen etwa bei Bußgeldern und Ähnlichem einräumt. Gut, das sei als Anfang einmal hinreichen. Jetzt wissen Sie, worum es im Kartellrecht geht und jetzt können wir das tun, was Juristen immer machen. Wir fangen ganz von vorne wieder an und gucken uns die gesetzlichen Grundlagen an. Denn ein bisschen Jura soll ja schon dabei sein. Da fangen wir an mit dem Anfang, nämlich mit Paragraf 1 GWB oder Artikel 101 AEUV, die ja bekanntlich wörtlich gleich sind. Und wir gucken uns das Tatbestandsmerkmal für Tatbestandsmerkmal an. Das heißt, wir gehen einfach die Norm durch und stellen fest, es geht zum Beispiel um Unternehmen, um Absprachen und Wettbewerbsbeschränkungen, die müssen bezweckt und bewirkt sein und schließlich den Handel zwischen den Staaten beeinträchtigen. Und wir fangen ganz einfach oben an. Voraussetzung ist ein Unternehmen. Wichtig, kein Unternehmer, also achten Sie bitte darauf, es ist ein N wie Nordpol, kein R wie Richard. Es geht also nicht um Paragraf 14 BGB, das ist ein anderer Begriff. Zum Zweiten brauchen Sie eine Abrede. Das Wort Abrede taucht nicht im Gesetz auf, gilt aber als Oberbegriff für Vereinbarung, Beschluss und abgestimmte Verhaltensweise. Also es ist ein Oberbegriff, den Sie verwenden dürfen, der allgemein anerkannt ist. Dann brauchen Sie eine Beschränkung des Wettbewerbs, die bezweckt oder spürbar bewirkt ist und das Ganze muss zwischenstaatliche Bedeutung haben und es darf nicht nach Artikel 101 Absatz 3 ausnahmsweise freigestellt sein. Der Paragraf 1 GWB hat all diese Merkmale bis auf die Zwischenstaatlichkeit. Die Zwischenstaatlichkeit gibt es dabei nicht. Das heißt, die Zwischenstaatlichkeit gilt nicht. Der Grund dafür ist, das deutsche Kartellverbot soll auch gelten, wenn es rein lokale Absprachen sind und alles andere ist dann europarechtlich. Zum anderen ist die Norm etwas kürzer. Es fehlt zum einen der Artikel 101 Absatz 2, die Nichtigkeitsfolge und es fehlt zum anderen der 101 Absatz 3. Der findet sich in Paragraf 2. Das heißt, da hat man einfach den Paragrafen aufgespaltet. Die Materialien zum Paragrafen 1 GWB sagen, es soll ausdrücklich im Lichte des Europarechts ausgelegt werden. Das heißt, man soll ausdrücklich berücksichtigen die Rechtsprechung des EuGH und die Entscheidungspraxis der EU-Kommission. Es soll ein Gleichklang geben, auch in materiell-rechtlicher Hinsicht. Wenn also das Merkmal Unternehmen auf Europarechter Ebene in einer bestimmten Weise ausgelegt wird, soll genau die gleiche Auslegung auch im deutschen Recht gelten. Es ist zwar formal ein eigener Verbotstat bestanden, aber er soll soweit irgend möglich identisch ausgelegt werden zum Europarecht. Gleicher Wortlaut, gleiche Auslegung. Ich habe Ihnen mal ein Prüfungsschema mitgebracht. Das ist jetzt nicht zwingend, aber es zeigt Ihnen, wie man das sinnvoll aufbauen kann. Und das erste Merkmal ist der persönliche Anwendungsbereich, das heißt Unternehmen oder Unternehmensvereinigung, das ist relativ klar. Das zweite Merkmal ist, dass man sich hier als Abrede bezeichnet habe, ein wettbewerbswidriges Verhalten, das heißt eine Vereinbarung, ein Beschluss oder eine abgestimmte Verhaltensweise. Das muss zu einer Wettbewerbsbeschränkung geführt haben beziehungsweise die zumindest bezweckt haben. Bei einer bezweckten Wettbewerbsbeschränkung brauchen Sie auch zusätzlich noch die Spürbarkeit, dann brauchen Sie die Zwischenstaatlichkeit der Vereinbarung, es muss also Bedeutung für den Binnenmarkt haben und nicht nur in einem Staat relevant sein. Dann müssen Sie möglicherweise Tatbestandsimmanente Schranken prüfen, das heißt Ausnahmen, die nicht erst in zwei auftauchen, sondern schon den Paragrafen eins selber beschränken und dann prüfen Sie schließlich eine Freistellung und zwar entweder nach konkreten Verordnungen, die bestimmte Fallgruppen ausnehmen, namentlich die Vertikal- Gruppenbreitungsverordnung oder notfalls über die Generalklausel des zwei Absatz eins beziehungsweise des 101 Absatz drei. Nicht für die Klausur Wissen und auch nicht fürs Leben Wissen müssen sie, dass es bestimmte Ausnahmen für das Kartellverbot gibt und zwar für die Landwirtschaft. Bauern sind privilegiert, weil man sagt, die sind besonders abhängig davon, dass eben in der Landwirtschaft das Wetter gut ist oder auch sonstige Sachen und um sich da über Wasser zu halten, sollen die möglicherweise in weiterem Umfang Absprachen treffen dürfen. Deshalb sagt der IUV, das findet grundsätzlich keine Anwendung, außer es wird in einer Verordnung so geregelt. Eine solche Verordnung gibt es, das ist die VO 1184 aus 2006 und die schränkt das Kartellverbot da erheblich ein. Privilegiert sind zudem Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Wir werden sehen, das betrifft in Deutschland zum Beispiel die Vertreiber von Zeitschriften, also dem Zeitschriftenhandel und Finanzmonopole, das heißt staatliche Finanzmonopole, die sicherstellen, dass bestimmte Sachen gebündelt werden und Militär ist ebenfalls nicht der Wettbewerbskontrolle unterworfen, weil Kriegswaffen eben besonders spektakulär sind und da möchte man nicht so eine strenge Kontrolle haben. Ja, ich habe Ihnen das kurz aufgeschrieben, Artikel 42 AEUV, das Kartellverbot findet nur soweit Anwendung, als die Verordnung was bestimmt und die Verordnung sagt, Artikel 81 Absatz 1 gilt nicht für die Verhaltensweisen, die wesentlicher Bestande einer einseitigen Marktordnung sind und verwirkende Ziele notwendig sind. Er gilt insbesondere nicht für Vereinbarungen von Erzeugerbetrieben oder Vereinigungen, soweit sie ohne Preisbedingung die Erzeugung oder den Absatz betreffen, es sei denn, die Kommission ortet was anderes an. Da geht es halt darum, dass man zum Beispiel verhindert, dass zu viele Kühe auf einer Weide fressen oder dass alle nur noch Weiz anbaut und keiner mehr Mais anbaut, dann soll man hier Absprachen treffen dürfen, die werden ausdrücklich erlaubt. Dasselbe haben wir auch im deutschen Recht, in § 28 GWB, auch da wird die Landwirtschaft privilegiert und die Landwirtschaft betrifft eben Pflanzen- und Tierzuchtbetriebe, das heißt, es geht da um Bauern. Wichtig, nicht nur den kleinen Bauern, sondern auch den Großbauern, die sind erstmal alle privilegiert. Einzige Grenze ist Preisabsprachen, die können also nicht sagen, die Milch kostet ab sofort einen Euro, diese Absprache wäre unzulässig, aber alles andere können die koordinieren. Ich habe schon gesagt, die zweite Privilegierung betrifft Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Das sind Unternehmen, die grundsätzlich wichtige Aufgaben erfüllen. Wenn die dagegen verstoßen, können keine Bußgelder gegen sie verhängt werden, sondern sie werden dem Staat zugerechnet. Das heißt, die EU kann dann gegen den Staat vorgehen mit einem Vertragsverletzungsverfahren und da mögliche Sanktionen verhängen. Die Unternehmen sind dagegen privilegiert. In Deutschland betrifft das die vertikalen Preisbindungen zwischen den Zeitschriftenherstellern und den Abnehmern. Das heißt, die dafür sorgen, dass die Preise im Kiosk überall gleich sind. Und jetzt kommt der wichtige Teil. Es gibt diese berühmten Pressegroßisten. Das heißt, die Leute, die die Kioske beliefern. Und man sagt, ein Vertrag, der zwischen Presseverlagen und Pressegroßisten geschlossen wird, die mit einem Remissionsrecht an die Kioske verkaufen, ist ebenfalls privilegiert. Und jetzt kommt unser Zusammenhang zu Artikel 106. Insoweit sind die in Satz 1 genannten Vereinigungen, das heißt, die Vereinigungen der Presseverlage und die von ihnen vertretenen Presseverlage und die Pressegroßisten zur Sicherstellung eines flächenlegenden und diskriminierungsfreien Vertriebs von Zeitung und Zeitschriften Einzelhandel im Sinne von Artikel 106 mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut. Der Gesetzgeber wollte damit ausdrücklich klarstellen, dass diese Unternehmen eine Tätigkeit ausführen, die im allgemeinen Interesse liegt und man begründet das damit, dass es hier um den unmittelbaren Zugang von Bürgern zu Informationen geht. Damit an jedem Kiosk ein angemessenes Sortiment vorhanden ist, muss man solche Vereinbarungen treffen können. Das heißt, es gibt eine Rücknahmepflicht der Grossisten, die müssen das also zurücknehmen, wenn sie nicht verkauft werden und dadurch hat der Kiosk kein Risiko, dass er dann tausend Exemplare von Bild der Frau kauft und kein einziger davon los wird, sondern das wird alles zurückgenommen und der Kiosk Betreiber trägt kein Risiko. wirtschaftliche Interesse liegt hier darin, dass man sagt, Informationszugang der Bürger, ein Komplettsortiment an jedem Kiosk. Wenn sie also in Passau in den Bahnhof gehen, dann finden sie da ein breites Zeitschriftensortiment und zwar unabhängig davon, ob die jede einzelne Zeitschrift loswerden, dann finden sie auch Zeitschriften, die vielleicht nie verkauft werden. Und der deutsche Gesetzgeber sagt, diese Vereinbarung wird vom Kartellverbot freigestellt, indem ich die einfach als allgemeines wirtschaftliches Interesse deklariere. Der BGH hat das auch mal bestätigt, indem er gesagt hat, dieser 30 Absatz 2a ist damit vereinbar. Das Ganze dient einem allgemeinen wirtschaftlichen Interesse im Sinne des Unionsrechts, damit eben diskriminierungsfreie Zeitschriften vertrieben werden und damit unabhängig von den Kosten jeder Kiosk Zugang zu allen Sachen kriegt, die es auf dem Markt gibt. Kriegswaffen habe ich schon erwähnt. Jeder Mitgliedstaat kann die Maßnahmen ergreifen, die seines Erachtens nach für wesentliche Sicherheitsinteressen erforderlich sind. Das heißt, soweit die Erzeugung von Waffen und Kriegsmanagement im Handel betreffen, ist der Staat frei. Das heißt, sie dürfen das machen. Wurde die Frage vorgelegt? Nein, das ist eine rein nationale Entscheidung, aber die EU-Kommission hat auch kein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Insoweit geht man davon aus, das passt schon. Gut, also Kriegswaffen müssen sie auch nicht für die Klausur wissen. Kommen wir jetzt zum Internationalen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die EU-Kommission gegen Google vorgeht oder Deutschland gegen Facebook. Daher wissen sie schon mal, dass es nicht darauf ankommt, wo ein Unternehmen seinen Sitz hat. Ich kann gegen Unternehmen weltweit vorgehen, das heißt, wenn Facebook WhatsApp übernimmt, dann prüft nicht nur die amerikanische Kartellbehörde, sondern auch die EU-Kommission, die Kartellbehörde von Südkorea oder die Kartellbehörde von Japan und jeder ist zuständig, wo ein Markt betroffen ist. Es wird also immer geguckt, betreffen die Handlungen dieses Unternehmens den Markt bei uns. Irrelevant ist auch das Territorialitätsprinzip. Es kommt nicht darauf an, wo die Handlung begangen wird. Wenn also Facebook die Server in USA hat, können sich damit nicht retten. Das deutsche Kartellrecht findet auch Anwendung, soweit ein Deutscher betroffen ist. Es kommt also darauf an, ob das Verhalten des Unternehmens Auswirkungen auf den deutschen Markt hat. Wenn sich also die Scheichs in Saudi-Arabien verabreden, einheitliche Preise für ihr Erdöl zu nehmen, dann betrifft das den deutschen Markt und wir können gegen diese Handlung vorgehen, auch wenn sie sich getroffen haben in Dubai in einem Hotel und keiner von denen Deutscher ist, dann haben wir als Deutsche die Zuständigkeit dagegen vorzugehen. Und das müssen sie nicht auch ausländisch wissen, sondern es ergibt sich auf § 185 Absatz 2, der sagt, die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf alle Wettbewerbsbeschränkungen anzuwenden, die sich im Geltungsbereich dieses Gesetzes auswirken, auch wenn sie außerhalb des Geltungsbereichs veranlasst wurden, das heißt, sie können sich das neben den Paragrafen 1 schreiben. In der Tat wirft das die Frage auf, ist das nicht ziemlich zahnlos, was können wir denn tun, wenn Leute sich verabreden und die gar nicht unserer Hoheitsgewalt unterliegen? Nun, wir können natürlich erstmal Bußgelder gegen sie verhängen, wir können dann auch gegen sie Maßnahmen ergreifen und Schadensansprüche machen, sobald sie Vermögen in der EU haben, können wir da auch rein vollstrecken, das heißt, wir können dann auch auf sie draufhauen, solange sie nichts haben, sind wir in der Tat relativ wehrlos, aber Unternehmen wie Google oder Facebook kriegen sie deshalb, weil sie natürlich auch Vermögen bei uns haben und dieses Vermögen könnten sie notfalls beschlagnahmen, das heißt, das würde die schon schwer treffen, im schlimmsten Fall könnten sie auch den Zugang zu denen sperren und verhindern, dass sie ihre Produkte nach Deutschland reinbringen, das heißt, ein Kartellverstoß kann auch sanktioniert werden. Wie sieht das jetzt aus bei Diamantenkartellen und ähnliches, wo irgendwelche Leute in Diamantenminen sagen, wir nehmen bestimmte Mindestpreise, auch da können wir natürlich zuschlagen, allerdings ist da das Problem, wenn wir wirklich keinerlei Verbindung mit Deutschland haben, haben wir nichts, wo wir vollstrecken können und dann wird die Bestrafung halt sehr schwierig, allerdings sobald dann Geld an die fließt, könnte man dieses Geld direkt als Anrechnung auf das Bußgeld einbehalten, das wäre also eine denkbare Variante, also auch da ist man nicht völlig machtlos. Das eigentliche Problem ist die Ermittlung, denn wenn sich die Scheichs in Dubai treffen und verabreden, dann haben sie im Zweifel nicht den BND neben sich sitzen, der das alles mitschreibt, das heißt, sie wissen im Zweifel gar nicht, was im Ausland passiert und sie dürfen als abhören oder befragen, das heißt, sie haben da erhebliche Ermittlungsprobleme, das ist halt immer so im Strafrecht oder auch hier im Verwaltungsrecht, sie können im Ausland als Staat wenig ermitteln, wenn sie es aber wissen, dann können sie schon Druck ausüben. Den Paragrafen 22 GWB habe ich schon erwähnt, der entspricht weitgehend dem Artikel 3 der VO1 2003, das heißt, sie können sich neben dem 22 GWB den Artikel 3 schreiben und vice versa, der sagt, dass die deutschen Behörden auch den 101 anwenden, spiegelbildlich sagt der Artikel 3, dass die nationalen Behörden den auch anwenden dürfen. Der Paragraf 22 Absatz 2 sagt dann, das nationale Recht darf nichts verbieten, was das Europarecht erlaubt. Das ist die Beschränkung des deutschen Rechts. Wenn Sie also extensiv auslegen wollten, Paragraf 1 oder restriktiv auslegen wollten, Paragraf 2, verbietet Ihnen der Paragraf 22 das im Hinblick auf Sachverhalte, die zwischenstaatlich sind. Theoretisch können Sie das weiter auslegen, wenn es um Sachverhalte geht, die nur nationale Bedeutung haben. Das Bundeskartellamt sagt aber im Interesse der Transparenz, handhaben wir das einheitlich. Das Ganze entspricht dem Artikel 3 Absatz 2 und auch da gilt, die deutsche Regelung wird verdrängt durch die europäische, weil Verordnungen unmittelbar anwendbar sind und Anwendungsvorgang haben, sodass eigentlich der § 22 eine reine Gedächtnisstütze ist und in der Praxis nie anzuwenden ist. Das als allgemeine Grundlage. Jetzt kommen wir zum Kartellverbot und wir gucken uns als erstes an, für wen das gilt. Und es gilt nach Artikel 101 Absatz 1 für Unternehmen Wichtig nochmal Unternehmen nicht Unternehmer und die Rechtsprechung knüpft dabei an an den sogenannten funktionalen Unternehmensbegriff. Und sie sagt, das ist jede Einrichtung, die eine Tätigkeit von gewisser Dauer ausübt, unabhängig von der Rechtsform beziehungsweise der Art der Finanzierung. Das heißt, es geht nicht um einen institutionellen Betriff. Es kommt also nicht darauf an, ob das Unternehmen als Gewerbe oder als Selbstständiger oder als was ganz anders geführt wird. Es kommt nicht auf die Rechtsform an, also nicht auf GmbH, eingetragener Kaufmann, UG haftungsbeschränkt oder AG. Es kommt nicht an, ob das Unternehmen auf Dauer ist oder nur für eine bestimmte Zeit. Es kommt nicht darauf an, wie es strukturiert ist, ob es eine Geschäftsführung gibt oder eine Einzelperson ist oder ob es tausend Mitarbeiter gibt oder gar keinen. Es kommt nicht auf die Komplexität der Tätigkeit an. Es kann ganz triviale Sachen sein. Einmal Rasenmähen gehen und sie sind Unternehmen. Jeder Schüler, der Rasenmähen geht oder babysittet oder Nachhilfe gibt, ist danach ein Unternehmen im Sinne der Regelung. Irrelevant ist auch die Art der Finanzierung. Unternehmen können insbesondere auch durch Steuergelder finanziert werden. Das heißt, der Staat kann die finanzieren. Sie können finanziert werden durch Werbung, das heißt, nicht durch ihre Kunden sondern durch Dritte. Und irrelevant ist auch die Gewinnerzielungsabsicht. Es kommt also nicht darauf an, ob sie das machen, um sich zu bereichern oder ob sie etwas Gutes tun wollen. Auch die Caritas ist ein Unternehmen, soweit sie Sachen nachfragt oder anbietet. Und last but not least, die Größe ist irrelevant. Es kommt also nicht darauf an, wie viel Umsatz sie machen. Schon ab dem ersten Cent sind sie ein Unternehmen. Man kann diese lange Definition, die da oben steht, auch zusammenfassen in dem einfachen Wort jede wirtschaftliche Einheit. Das heißt, im Normalfall reicht es, wenn sie sagen, es muss eine wirtschaftliche Einheit sein. Das heißt, mehr braucht man dafür nicht. Das ist also eine kurze und prägnante Sache. Wenn wir diese Definition anwenden, können wir bestimmte Sachen ausschließen. Fangen wir an mit den privaten Endverbrauchern. Sie kaufen zwar etwas, wenn sie im Supermarkt gehen, und haben dadurch einen Tausch Geld gegen Ware, aber das Ganze ist noch keine wirtschaftliche Tätigkeit. Der private Verbrauch ist nicht eine wirtschaftliche Tätigkeit. Unproblematisch dagegen Freiberufler, wenn sie das Ganze machen als Anwalt, Arzt oder Architekt, ist das nicht anders, als wenn sie das machen als Kaufmann, also als Handwerker oder als Einzelhändler. Die rechtliche Struktur der Mitgliedstaaten kann im Europarecht keine Rolle spielen. Das heißt, Gewerbe oder freier Beruf ist irrelevant. Schwierig ist die Lage bei Arbeitnehmern. Arbeitnehmer sind grundsätzlich natürlich keine wirtschaftliche Einheit, weil sie bringen ihre Arbeitstätigkeiten, bekommen dafür Geld, aber Arbeitnehmer sind durchaus bei beschränkenden Vereinbarungen aktiv, nämlich dann, wenn Tarifverträge abgeschlossen werden. Tarifverträge verhindern, dass Löhne oder Urlaub oder andere Arbeitsbedingungen frei ausgehandelt werden und sind damit erstmal per se Wettbewerb beschränkend und das Problem an der Sache ist, auf der einen Seite verhandeln sicher Unternehmen, die Arbeitgeber sind Unternehmen, aber auf der anderen Seite stehen dann Arbeitnehmer Vereinigungen und wenn die Arbeitnehmer keine Unternehmen sind, wäre das keine Unternehmensvereinigung, sondern eine private Vereinigung. Trotzdem sagt die heute herrschende Meinung, ist der Arbeitnehmer, auch wenn er als Rudel auftritt, also als Gewerkschaft oder sonstiger Verband kein Unternehmen, das heißt, wenn sie ihre Tätigkeit auf dem freien Markt anbieten, also sagen, ich bin der Straßenkehrer und mache das für Geld und nehme jeden Job an, den ich kriegen kann, das heißt, wenn mir einer Geld gibt, fange ich bei dem an, dann sind sie Unternehmen, sind sie dagegen abhängig beschäftigt und kriegen ein Festhonorar, sind sie nicht Arbeitnehmer, also Arbeitnehmer und damit nicht mehr Unternehmen. Die letzte Problemfallgruppe sind Aktionäre oder Gesellschafter in GmbHs. Grundsätzlich allein dadurch, dass sie eine Aktie kaufen, werden sie nicht zum Unternehmen, weil sie haben keine Marktbeeinflussungsmöglichkeit. Wenn sie dagegen Mehrheitsaktionär eines Unternehmens sind und daher dessen Geschicke bestimmen können, wird ihnen dessen Tätigkeit zugerechnet und sie werden dadurch selber zum Unternehmen. Das heißt, der kontrollierende Hintermann, der ein Unternehmen wie eine Marionette steuert, wird dadurch selber zum Unternehmen, aber eben weniger durch den Aktienbesitz als vielmehr durch die Macht. Ganz schwierig wird es bei Handelsvertretern. Sie erinnern sich vielleicht alle noch an ihre Handelsrechtsvorlesung. Handelsvertreter haben nichts mit 164 Folgen zu tun, sondern es sind Personen, die Verträge mit anderen Unternehmen vermitteln. Und die Rechtsprechung unterscheidet hier zwischen dem echten Handelsvertreter und dem unechten Handelsvertreter. Ein echter Handelsvertreter ist jemand, der für mehrere Unternehmen vermittelt tätig wird. Das heißt, er bietet ihnen verschiedene Sachen an und sagt, ich kann dir anbieten A, B oder C und sucht einen aus. Ich vermittle dir Handyverträge von O2, von Telekom oder von Vodafone. Es gibt so Unternehmen wie The Phone House oder ähnliches, da können sie alle drei Verträge abschließen und das sind echte Handelsvertreter und die sind im Allinteresse selbstständig tätig. Die sind Unternehmen im Sinne des Kartellrechts und sind damit auch gebunden. Daneben gibt es aber auch unechte Handelsvertreter. Unechte Handelsvertreter zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine eigenen Risiken tragen. Das heißt, es ist im Grunde nichts anderes als Arbeitnehmer, die vermitteln. Das heißt, derjenige, der ihnen Staubsauger an der Tür verkauft, der ist kein Unternehmen. Das heißt, er hat kein unternehmerisches Risiko. Er kriegt vielleicht eine Provision, aber er kriegt auch ein Grundgehalt. Dieser Mensch ist kein Unternehmen. Das heißt, die Absprache zwischen dem, der diesen losschickt und ihm, ist auch nicht vom Kartellverbot betroffen. Warum die Unterscheidung so ist, liegt auf der Hand. Man sagt, wenn ein echter Handelsvertreter Absprachen trifft, dann sind die am Kartellverbot zu messen, weil sie Außenwirkung haben. Das sind Absprachen zwischen zwei unabhängigen Unternehmen. Der unechte Handelsvertreter ist dagegen eine Art Arbeitnehmer und das, was er macht, bleibt im Innenverhältnis. Das heißt, das ist genauso wie, wenn das Unternehmen selber seinen Mitarbeiter was sagt, das hat keine beschränkende Wirkung im Außenverhältnis. Gut, wir haben jetzt schon 9.50 Uhr, das heißt, wir sind schon etwas über unserer Zeit und wir machen nächste Woche weiter und zwar nächste Woche geht es dann an die konkreteren Tatentanzmerkmale, also an die Abrede und die Wettbewerbsgeschränkung. Wir liegen noch gut in der Zeit, also kriegen wir das auch problemlos hin. Wenn Sie Fragen haben, können Sie natürlich im Forum stellen oder sonst nächste Woche in der Vorlesung und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis nächste Woche. Ja, bitte. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage bezüglich der Aktionäre und dass sie eine kontrollierende Macht haben. Wo würde man da die Grenze machen? Also wie viel tatsächlichen Einfluss oder auch Anteile an der Gesellschaft muss man haben? Und wie verhält sich das, wenn sich mehrere Aktionäre miteinander absprechen und die dann so eben Einfluss im Unternehmen erhalten? Ja, also da gibt es keine feste Zahl. Man sagt nicht ab 50% oder ab 30%, sondern entscheidend ist, dass er wirklich tatsächlich den Einfluss ausüben kann. Er muss also das Unternehmen wie eine Marionette steuern können. Das kann sein, dass sie dazu 100% brauchen. Das kann aber auch sein, dass dafür im Einzelfall 30-40% reichen. Wir werden das noch näher behandeln, wenn wir uns mit Konzernen beschäftigen. Konzerne kommen quasi noch später in unserer Untersuchung. Da haben wir genau das Problem. Man sagt also regelmäßig reichen 40%, dann hat man da schon die entsprechende Macht. Zumindest damit das Unternehmen börsennotiert ist. Es können auch mehrere Unternehmen beherrschend sein, nämlich dann, wenn die koordiniert sind, das ist dann eine horizontale Absprache zwischen Beteiligten. Das machen wir auch noch näher. Auch das ist denkbar. Also dass quasi mehrere Unternehmen oder mehrere Aktionäre gemeinsam kontrollieren, dann haben sie ein Gemeinschaftsunternehmen. Also auch das kommt noch. kann es da nicht geben, weil eben aufs Ergebnis geguckt wird geguckt, steuern die das oder haben das Unternehmen autonom. Und wenn sie die Steuermacht haben, wird einfach gesagt, das ist ihr verlängerter Arm, dann haben sie eine Art Durchgriff. So muss ich es vorstellen. Okay, vielen Dank. Bitte.